Und weiter geht's mit Let's Play Tabs, mit dem zweiten Teil der Dynastie-Kampagne. Wir sind ja immer noch jetzt gerade mit der Dynastie gegen die prähistorische Ära unterwegs. Und ja, dann gucken wir doch einfach mal, was wir hier gegen den besoffenen Bereich machen. Aber bevor wir hier reingehen, ich hab's jetzt mal schon angediesert, schauen wir mal in die Höhle. Hallo Mammut. Öh. Denn hier war ja was zum Aktivieren für die versteckten Einheiten, ne? Aber was muss ich mir dafür... Irgendwas... Es hieß, irgendwas muss ich dafür angucken. Waren das diese Dinger hier? Äh, ne, das war jetzt die Sicht. Muss ich da irgendwas drücken für, dass sich das aktiviert? Ich weiß nicht, wie man das macht, mit den Secrets. Ich mein, das ist es nicht, das ist es nicht. Was, vielleicht doch das Ding? Und ich hab's jetzt erstmal einfach versaut. In gewissen Winkel muss ich ja nicht hingucken, ne? Hm, seltsam. Ich geh grad mal ein paar verschiedene Tasten durch, aber die sind's nicht. Hä? Ne? Das war's vorher nicht. Es hieß einfach nur lang... Äh, ich hab einfach nur gelesen in den Kommentaren, lange angucken, aber... Äh, das scheint es nicht unbedingt gebracht zu haben. Hm. Ich glaube wirklich, dass es dieses Ding hier ist. Weil, das hab ich auch bei der letzten Mission gesehen, aber ich hab keine Ahnung, wie man das aktiviert. E oder F oder sonst irgendwas bringt ja nichts. Ne, hm. Vielleicht geht das gar nicht hier in diesen, diesen Kampagnen. Das kann natürlich auch sein. Na gut, es rennt uns nicht weg, wir haben noch ein paar andere Kampagnen. Gut. Dann aber betroffener Bereich. Jede Menge mit Schilden, jede Menge mit Steinen. Hm. Feuerwerk auf jeden Fall. Dann ein paar Mönche für die... ...Gegner hier. Vielleicht noch ein paar Ninjas zwischendrin. Ach komm, nochmal Feuerwerk. Du solltest hier immer mal aufs Mammut schießen. Genau, wegen sowas. Fürs Mammut hätte ich eigentlich eine Watscha mitnehmen sollen. Äh, übrigens, ich weiß mittlerweile wieder wie ich. Ah, doch, ja, okay. Aufs Mammut. Ja. Feuer. Jawohl. Erwischt. Und nochmal. Warum lebst du noch? Äh, komm. Das Mammut hört gut was aus. Hm. Jetzt gibt's einen Einlauf. Okay, jetzt... Oh, jetzt gibt's einen für mich, glaub ich. Autsch. Das hat mir getan. Okay, das Mammut hat... Ich brauch fürs Mammut wirklich diese Watschas. Mit den ziele ich dann am besten selber. Äh, lass mal ran. Äh, ja genau, wegen sowas. Bitte aufs Mammut schießen, das ist wichtig. Ach so. Ah, der war wunderschön. Okay. Ab jetzt kannst du... Äh, nein, nein, nein. Die war doch nicht. Ich... Ab jetzt kannst du selbst Feuer und plötzlich schießt du auf die eigenen Leute hier. Nur weil du keine Freunde hast, hast es nicht schlecht, dass du auf Friendly Fire umschalten musst. Der mit dem Schild geht echt auf den Sack. Hä? Vollgespickt. Was macht der denn für ein Tanz da mit seiner Tür? So, Ruhe ist. Hm, alles klar. Ähm, Ernte. Jetzt geht's das erste Mal gegen die garstigen Hoppice. Ich hab gehört, Heu soll gut brennen. Komm, die Feuerwerkschützen sind immer lustig, was die mit den Gegnern machen. Ja, ich glaub, Heu brennt wirklich gut. Äh, nicht alles so nah. Nicht auf mich. Alter, den Hoppice hat's echt mal gegen die... Hui. Ja, also, das sind halt wirklich, ja, das sind halt, die schießen halt wirklich Feuerwerksraketen, die ihr noch abziehen. Aber die haben dann wirklich eine gewaltige Schubkraft, wenn die die Leute so durch die... Uh, la, la, ouchi. Krähe und Gabel. Wenn ich die gut hier durchgelockt bekomme, werden doch richtig schön von unserem Chwabchiti da erwischt. Das schießt so richtig schön hier rein, so mittig, mit ihr einfach... Und du musst auf den Krähen-Dude schießen. Aua! Oder der Krähen-Dude schießt auf mich. Am Ende zählt der Wille. Äh, darf ich bitte wieder? Oh, oh, nein! Aufgespießt. Ah, ah. Bauernaufstand, Bauernaufstand, Alarmstufe rot. Krähen. Hört das Ding halt wirklich gar nichts aus, ne? Hm. Ich meine, ein Drache wäre natürlich auch wieder eine Idee. Wenn die alle schon so schön die Engstelle durchkommen. Aber ich muss halt auch drauf achten, dass ich den Typen weggeschossen bekomme. Irgendwie. Na, Kampf kann ich da, glaube ich, vergessen. Hier da. Du da. Nein, jetzt schießt du einfach. Äh. Ich glaube, das hat die ziemlich gut erwischt. Jetzt ist bloß noch der Typ hier übrig, ne? Äh. Die Krähe kann fliegen. Ist das nicht schön? Äh. Was ist das für ein Bild? Ja. Alles klar. Liebe auf den ersten Blick, würde ich sagen. Schubkarre. 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 Hm. Die Schubkarren werden mir halt sehr viel Stress machen. Aber wenn ich da Pfeiler reingeschossen bekomme, wäre das gar nicht mal so unpraktisch. Ich versuche es zumindest mit ein paar. So grob verteilt. Und ansonsten eben... eine ganze Menge Mönche überall. Die sollten da eigentlich ganz gut abfangen können. Dann vielleicht noch zwei Ninjas. Da haben wir da hoffentlich genug... ...Layer, dass die da nicht so schnell durchkommen. Oder sie tun es einfach doch. Das wäre natürlich auch eine Idee. Aber ja, da steckt schon eine Rakete drin. Und die Schubkarre ist kaputt. Oh ja, sieht gar nicht mal schlecht aus. Ja, ich glaube, das ist ziemlich gut. Weeeeee. Ach, da ging... Das sah erst mal schlimmer aus. Da ging in den Arm. Okay. Ernterkrähen. Ja, weil wir Ernte haben und wir haben Krähen. Ich verstehe. Ich zerbeleuchte jetzt. Kommt mal her. Brrrr. Nur die Krähen werden noch ein Problem darstellen. Verdammt. Er lebt immer noch. Na, schafft er es gegen die Krähe? Komm, einmal zuhauen. Sollte gehen. Jawohl. Hier. Das Gesicht, Junge. Au. Na komm, du schaffst es, bevor er nochmal nachladen kann. Och, nö. Äh, äh, äh. Hm. Wie würden Ninjas das Problem lösen? Was würden Siegfried und Roy jetzt tun? Au, ah, die Krähen sind echt heftig. Das kannst du mit Nahkampf fast vergessen. Aber gut, aber sobald die einmal geschossen haben, die Nachleidezeit ist nicht ohne. Und die Ninjas machen den Rest eigentlich ziemlich gut. Das heißt, ich müsste einfach nur irgendwelches Kanon... Ich müsste einfach nur irgendwelches Kanonfutter vorschicken, was erstmal die Krähen tankt, quasi. So, die Anzahl Ninjas heute reichen. Dann machen wir aber wirklich eine ganze Menge Kanonfutter. Ja, genau. Jetzt sind die Krähen nämlich weggetankt. Ja, jetzt läuft es doch wunderbar. Entschuldigung, könnten Sie bitte runterkommen? Dankeschön. Hm. Ritter mit Heilern. Ich hab so das Gefühl, die haben recht. Mal gucken, wie gut du das heilen kannst, mein Freund. Bitte schön. Vum. Halt mich, bitte halt mich. Das ist so behämmert. Aber verdammt, er wird immer noch schnell genug gegengeheilt. Das ist das Problem. Es sei denn, er wird runtergedüst hier. Das sieht gut aus. Ja, ich glaub, es hat sich ausgeheilt. Tja. Jetzt könnt ihr euch gegenseitig heilen, nur noch. Jo. Jo. Uff. Alles klar. Jo. Noten und Pfeile. Hm? Hm. Ich schreibe mir irgendwie. Ich meine, für das meiste ist die Lösung halt einfach nur Feuerwerkbogen schützen. Aber, jawohl. Samurai können ja die Flekten. Von daher sollte man mit relativ vielen Samurai da eigentlich ziemlich gut durchkommen. Aber das größte Problem bei den Waden ist ja, die locken mir ja mit Pech meine Einheiten weg. Weil das ist ja der Sinn von denen. Wurde mir sogar gesagt. Dass die Einheiten weglocken und mit Pech die Klippe runter oder so. Aber die, die flecken jetzt ganz gut die Pfeile, ne? Also, blablabla. So. Ja, ich glaub, das funktioniert wunderbar. Weil die Samurai sind, was jetzt Pfeileabwehren angeht, echt gut. Genau, seht zu, dass ihr freiwillig runterspringt. Hauptsache, ihr geht doch wirklich zuerst drauf, ansonsten gibt's ein Problem. Äh. Ich wollt grad sagen, ist etwa irgendwo noch einer da, der sich versteckt und bei mir fallen jetzt alle runter? Das wär leicht gemein gewesen. Ganz minimal. Äh, Katapulte. Ich glaub, ihr habt recht. Guck, ich mein, Daffenküse kündig wäre wahrscheinlich die... Hm. Nochmal kurz, ich wette, die Katapulte haben eine höhere Reichweite als meine... Ich hab Waccia, ne? Ach, ne, ne, ich kann weiterschießen, aber... Das reicht nur für ein Katapult. Weil die offensichtlichste Lösung wäre der Affenkündig, der gleich ranstürmt und die wegmacht, aber... Äh, das hat funktioniert. Oh, nice. Oh, Ritter und ihre Knappen. Das klingt doch nach einem würdigen Duell. Für... Irgendwie fehlt so ein Samurai-Fürst einfach nur oder sowas. Der Affe, ich weiß nicht. Ich jetzt... Es fühlt sich nicht so episch an zu sagen, Ah, Ritter und ihre Knappen gegen den Affenkönig und seine Samurai. So, äh, okay. Machen wir doch mal was fürs Auge. Aha. Zumindest versuchen wir es, ne? Das ist das Wichtigste. Am Ende ist es wichtig, dass wir es versucht haben. Dann gucken wir mal, ob das was wird. Einfach mal eine Massenprügelei hier. Ritter gegen Samurai. Und Affenkönige. Oh, ja. Äh, ja. Aua. In der Zeitlupe sieht man oftmals so lustig. Der Schlag war auch nicht schlecht. In der Zeitlupe sieht man oft so... Dass das so Panne ist manchmal. Da war ich durch. Au, ich wollte gerade sagen, wo schlägst du hin? Aber denn da unten. Aua. 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 Ah, ja. Aber ich glaube, das schaffen wir. Uts. Ja, wunderbar. Notenpfeile. Vergeltung. Ja, okay. Hier wären nur Samurai vielleicht nicht die allerbeste Idee. Nee. Glaube ich nicht. Aber wir können mal Samurai machen. Die in großer Zahl die Bogenschützen ja quasi tanken. Aber eben zweimal Artillerie. Die jetzt hoffentlich... Oh nein, die wollen nicht unbedingt in einen Bar. Oh Mann. Aber selbst zu schießen, ich weiß hier Reichweite leider nicht. Ich glaube, das geht nicht gut aus. Ich müsste halt die Katapulte schnell loswerden irgendwie. Ja gut, okay. Ich glaube, der Affenkönig könnte hier wieder sehr hilfreich sein, weil der schnell reinspringt. Aber ja, jetzt ist es gleich vorbei. Wutz. Und wutz. Äh. Ach, da hinten ist noch ein einzelnes... Wie bist denn du in den Zaun reingekommen? Aber der kann die Pfeil noch abwehren. Ah, okay. Den nicht mehr. Ah, schön. Nee, das größte Problem sind die Barten. Die nehmen zu viel Aufmerksamkeit weg. Hm. Ja, schnell in den Gegner reinzustürmen, wäre wirklich die beste Lösung. Das heißt, zweimal Affenkönig und gib ihm. Beziehungsweise, wir müssen die erste Pfeilsalbe irgendwie abwehren. Das können ein paar Samurai für uns machen. Die ersten Pfeilsalben, die ersten Katapultschüsse und jetzt kann der Affenkönig agieren. Auch wenn die erst mal... Die Barten sind halt so grauenfallend, weil die mir echt so viel... Ah, die Barten nehmen einfach so viel weg. Das ist leicht eklig. Ah, die können sich duplizieren, ne? Ich hab jetzt mal kurz mehr gesehen. Ja, die können sich duplizieren. Okay, scheint zu funktionieren. Ich dachte echt, die Barten versauen es mir wieder. Also zum Ablenken sind die echt... Das war jetzt schon echt traurig. Echt gemein. Könige und Bögen. Drei Stück. Ein paar Samurai für die Bogenschützen. Und ein paar Bogenschützen für die Könige. Und ein paar mehr, bitte. Die müssen so richtig Feuer unterm Arsch bekommen. Oh ja. Das sieht mir angemessen aus. So, liebe Könige. Zeit zu tanzen. Aber die werden dann nicht so zezät von den Dingern. Also im Sinne von, dass die... Aber vielleicht reicht der Schaden ja. Also die werden wirklich gut gespickt hier. Ja, jetzt wird es doch ein bisschen zu viel für die. Die halten aber echt was aus. Komm, den kriegt der doch noch. Ja, okay, der wäre weg. Aua. Komm, weg mit euch. Früher war ich ein König. Doch dann habe ich eine Feuerwerksrakete in... Ich will es nicht wissen, wohin bekommen. Jawohl. Und als nächstes hätten wir zwei Formationen. Ich glaube, die haben recht. Das sind zwei Formationen. Ich glaube, was effektiv gegen zwei Formationen sein könnten, wären wahrscheinlich zwei Drachen. Und nicht nur die, sondern... Irgendwas als Backup wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ein paar Mönche einfach. Feuer! Das ist schon echt böse. Aber die Schlangenschützen könnten jetzt auch böse werden. Das machen die Drachen alleine, ne? Okay, das war übertrieben. Einseitig. Ich hätte nicht mal die Mönche gebraucht. Eine Taureslieferung. Oh, lala. Aber, mal ganz kurz nochmal ein Zwischencheck. Wie weit wir denn schon wieder sind? Das ist eine der versteckten Einheiten, ne? Das sind solche... Velociraptoren? Glaub ich zumindest, dass es welche sind. Ähm... Oh, zwei Formationen ist sogar schon die letzte. Ne, das war schon die letzte. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich an der Stelle mal fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei... der letzten Mission der Dynastiekampagne. Also den letzten acht Missionen der Dynastiekampagne. Aber ich glaube, die werden noch ein bisschen... sagen wir mal... anspruchsvoller, nehme ich mal an. Vor allem gegen die Wikinger könnte es echt böse werden, weil gegen die tue ich mich immer ein bisschen schwer. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.